Flash, warte auf mich! Der wird Flasor! Hey, Buddy! Das hätte ganz schlimm für dich ausgehen können. Was bist du, ein Adrenalin-Junkie? Muss echt hart sein, wenn man so langsam ist. Aber weißt du was? Heute ist dein Glückssack! Hast du dich jemals schon so lebendig gefühlt? Das fühlt sich doch super an, oder? Oh shit! Eulige Scheiße! Lass das unser kleines Geheimnis bleiben, ok? Hast du mich nie gesehen? Ich war niemals hier!